Die Wanne ist voll, aber übervoll. Am Wochenende steht wieder gemütlich auf meiner Fuß. Ich hab dafür schon jemand. Findet sich hier noch jemand zurecht in dem Gewirr von Füßen? Nein, Alter, das geht jetzt nicht mehr. Hier steht noch ein Trempuch. Ich glaub, das war die Vorbereitung für heute. Ja!